Ich lerne Deutsch. Umständlich Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort umständlich beschreibt etwas, das kompliziert, mühsam und oft zeitaufwendig ist, wodurch es schwierig oder lästig wird, eine Aufgabe zu erledigen. Die alte Nähmaschine muss umständlich manuell bedient werden. Die Bedienung der Maschine ist kompliziert und erfordert viele Schritte, was viel Zeit und Mühe kostet. Die Anmeldung für den Kurs ist ein umständlicher Prozess mit vielen Formularen. Die Anmeldung für den Kurs ist ein umständlicher Prozess mit vielen Formularen. Die Anmeldung ist kompliziert und erfordert viele verschiedene Schritte und Dokumente. Es ist umständlich, jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit zu pendeln. Es ist umständlich, jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit zu pendeln. Der tägliche Pendelweg ist schwierig und mühsam, da er viel Zeit und Aufwand erfordert. Das Kochen nach diesem Rezept ist sehr umständlich und dauert viel länger als erwartet. Das Kochen nach diesem Rezept ist sehr umständlich und dauert viel länger als erwartet. Das Rezept ist kompliziert und erfordert viele Schritte und Zeit, um es zu befolgen. Das umständliche Verfahren zur Genehmigung verzögerte das Projekt um Wochen. Das Genehmigungsverfahren war kompliziert und langsam, was zu Verzögerungen führte. Das umständliche Einpacken der Geschenke dauerte fast den ganzen Tag. Das Einpacken war kompliziert und zeitaufwendig, da es viele Schritte und Vorsicht erforderte. Es ist umständlich, jeden Tag neue Zugangsdaten für das System eingeben zu müssen. Es ist umständlich, jeden Tag neue Zugangsdaten für das System eingeben zu müssen. Das tägliche Eingeben neuer Zugangsdaten ist mühsam und kompliziert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist umständlich, jeden Tag neue Zugangsdaten für das System eingeben. Konferenz. Genauso. Jetzt ist es ein paar Hämstens. Einig, das ist ein Hämstens.